Die Naturzerstörung geht weiter. Hier draußen gibt es keinen grünen Strom. Hier ist der Strom blutrot. Das Bremer-Team ermittelt. Nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle. Was genau machen die hier bitte? Aktiven Umweltschutz? So sieht die Zukunft aus. ORF Premiere Am Tardot Nordsee Sonntag 20.15 Uhr ORF 2 2